Hallo! 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 Im letzten Jahr habt ihr uns durch insgesamt 65 Videos begleitet, bei denen eins chaotischer war als das andere. Dabei brachten uns sechs immer wiederkehrende Gäste neues Chaos und wilde Momente. Hallo meine Lieblingsrichtige Alman hier und alle Backscheinen rot, gell? Schön! Never enough! Und zwei Hosts lieferten ein Jahr lang mehr oder weniger zuverlässig wöchentlich neue Videos. Ich heiße Gisela Giseltree. Ja, wir sind YouTuber! Ich heiße Roberta Rosenquart. Ich stehe! Der zählt überfordert, ich hatte voll Angst einzukehren. Hä, warum redest du von euch in der dritten Person? Jelanda, halt die Fresse, das soll so! Genau. Und hier sind sie! Willkommen zum Jubiläum! Dein Jahr, what the vlog? Dein Jahr, crazy people! Hättet ihr auch nicht kommen sehen? Ja, halt mal die Fresse, ich mach weiter. Für einen so großen Tag haben wir uns natürlich auch Gäste eingeladen. Es konnte zwar fast niemand, aber... Jemand, der noch nie auf unserem Kanal war. Hier ist... Chris Brown! Gäste! Schön, dass die da sind. Wie geht's ihnen? Scheiße. Das ist gut. Okay, Leute, bevor wir weitermachen... Ab in den Zoo! Fast Fashion. Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Also, wir haben uns heute getroffen, um hier diesen tollen Tag zu feiern. Wir machen jetzt eine Sekte auf. Wir sehen noch, heute vor einem Jahr kam unser erstes Video. Wisst ihr noch, was es ist? Für mich? Hier mal ein kurzes Highlight. Ich hab alles verloren. Ich bin ein... Wir haben heute gedacht, wir machen ein bisschen fancy Dinner. Ein bisschen geschmückt. Toll! Ach so, ja, Mikrofon, sonst hat er mich ja nicht auf uns nicht angeschlossen. Aber das wisst ihr ja nicht. Mach mal eine Parallelsicht vom Essen. Oh, Parallelsicht! 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 Doppelkampf! Beide Fimo. Ja! Doppelkampf! Wow! Wow! Wollen wir kurz dazu sagen, was es ist? Ja, sag kurz. Also, wir haben Länderplatten gemacht. Wir haben heute drei Länder eingeladen. Ich bin die USA. Hier sehen Sie die USA. Ich hab einen Tacosalat gemacht. Einen... Einen... Einen anderen Salat noch. Einen paar Donuts. Wow! Und ein paar Hotdogs. Als nächstes haben wir Russland. Ich weiß nicht mal, ob das Russland ist, aber Kasachstan. Der Osten. Das hier sind einmal Piratschi mit Creme Fraiche. Und das hier sind Aladin. Aladin? Aladin! Mit dünnschlüsst Milch. Das ist tatsächlich karamellisierte Milch. Slay. Weiter geht's. Mit Asien. Asien ist keiner. Oh! Bissi Japan. Bissi Kyoza. Bissi Sushi. Bissi Ramen. Bissi Espresso. Der Burner. Einfach. Die Welt. Wir fangen an mit Russland. Oh! Äh... Osten meine ich. Ferner Osten. Eigentlich der ferne Osten, aber... Okay. Du surfst. Ich surf. Nehmen Sie sich eins. Ah, danke! Und Sie sich auch eins. Tschüss! Tschüss! Schmeckt schon mal gut vom Teich her? Das ist toll. Schmeckt jetzt so bei meiner Oma. Tee Gorn-Tee. Das war ein Gaumenschnaus. Oh ey! Weiter geht's jetzt in das nahe... Weite Osten. Weite... Andere Osten. Das macht ja keinen Sinn, Russland ist auch Asien. Genau. Wir fahren jetzt nach Japan. Wir fahren jetzt. Wir haben leider keine Stäbchen, weil wir sind Deutsche. Ups. Dies Test. Findet euch alle eins. Wir machen Chin Chin. Chin Chin! Ach du trommst! Bist du auf mich getroffen? Schock wie da jetzt. Das ist für eine Tasche. Die will ich jetzt auch noch probieren. Die will ich jetzt auch noch probieren. In Deutsch allein? Leute, es ist ja bei mir gerade Leben am Limit. Äh... Ah! Kurz Werbung. Wir schalten in die Werbung. Kaufen Sie jetzt einen exklusiven Staubsauger von whatdevlogatstaubsauger.de. Der Dyson. Nicht den Dyson, den schmeißen. Willst du gerade auf das Video aufmerksam machen? Ähm... Wir sind... Staubsauger. Ja! Da wo die Staubsauger der Staubsauger interessanter war als die Moderatoren. Kurzer Einblick. Tiffany? Du bist jetzt vorm Haus. Vorm Haus! Tiffany! Hallo! Du musst in alle Richtung. Dahinter! Wir sind nicht mehr so wichtig, wie mit diesem Staubsauger-Kanal. Genau! What is Staubsauger? Ich sauge hier und sauge da. Ich glaube, der schmeckt so wunderbar. Chin Chin! Hi, hallo! Gemüse. Geil. Film das nicht. Film Vegetarier. Film das nicht, Film Vegetarier. Cut! Cut! Probier jetzt mal den Rahmen. Oh! Das ist so scharf mein Arschloch brennt jetzt schon. Ich darf nicht pen safe, ne? Weil ich hier auf dem Klo sitze. Aber merkt euch! Ihr scheißt immer genauso wie ich! Ich kann mir das bei anderen Leuten gar nicht vorstellen, wie die scheißen. Sorry, ich kann mir das richtig gut vorstellen bei euch! Ich stelle mich sofort auch zu meinen Lehrern vor! Weil ich denke mir dann immer so, du kannst mir gar nicht, weil du scheißt genauso wie ich! Ja! Die Lehrer sind nicht mehr so intim oder irgendwo. Ich meine, sich vorstellen wie die scheißen. Stell dir mal, wen kennen wir denn, wie wir mögen? Warte, du bist ernst. Krass, ne? Ist dein Ernst. Bist du ernst? Ernst? Wirklich? Weiter geht's mit der geliebten USA. Wir haben zwei Salate. Einer ist eigentlich mehr mexikanisch. Aber ganz ehrlich, die USA, die hat eigentlich eh alles an sich gezogen. Also von daher... Mach einfach Amerika dazu. Amerika! Wir haben eigentlich nur Kontinente genommen. Wir nehmen uns einfach mal von beiden Salat was. Okay, mit welchen wollen die anfangen? Im Kottigen. Tschüss! Tschüss, tschüss! Ach, ja. Genau. Geil. Der Salsa und alle. Finde ich schlecht. Ja. Aber... Ich finde die Tüte, wenn wir ein bisschen fein machen können. Stimmt. Jetzt kommt die Kritik. Sollen wir den anderen probieren? Ich merke Salat. Ich merke es auf Amazon. Na gut, ich finde den Salsa-Ding besser. Ich auch. Oh! Oh! Heute sind auch schon wieder so viele Fails, ne? Wisst ihr noch damals in dem Video, dass heute alles schief geht? Heute funktioniert aber auch irgendwie gar nichts. Wir wollten jetzt gerade in den Secondhand-Laden. Der Secondhand-Laden hatte auch zu. Ich wollte nur sagen, dass heute alles schief geht. Das ist kalt. Ich werde mir dieser Tag eigentlich noch nervt. Ich krieg jetzt sogar, wenn wir laufen müssen. Wenn wir einmal draußen laufen müssen. Ihr müsst das Beste draus machen. Jetzt müsst ihr nicht mal duschen gehen. Ich mag erst an das Duschen. Gucken wir uns jetzt paar Videos an. Achtung, ich fahr links. Und ich seh links. Ich hab schon jetzt Angst. Ja, du musst doch gucken, ob dein Mann kommt. Die Sonne ist der Sonne. Wer der war steht da? Du warst zurück. Du hast dich sehr lehrt. Du hast dich sehr lehrt. Du hast dich gestitten. Nee, ich hab's geschnitten. Du hast es geschnitten. Du hast es geschnitten. Guck! Sehr lehrt. Die da hinten arbeitet und ich bin sowas wert. Ich hab auch nicht geholfen an dem Tag. Nee. Ich hab gefehlt. Aber wenigstens hilft ja einer. Ja, tut. Bring wieder her. Ja, tut. So geht Autorität und Erziehung. Ich hol mir den Hems. Ich hol mir den Hems. Ich hol mir den Hems. Und? Jetzt hol. Oh, du bist so ein bisschen. Ja, ha, ha, ha. Ich hab's. 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 Ja, ich hab's. Sind wir hier? Mit der guten Gisela. Hallo Gisela. Hallo. Hallo. What up? I'm 19. And I never fucking learned how to read. Ich hab's. Oh, du bist aufgeregt. Nee. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Was mitgebracht. Was braucht's. Dann ist er wieder. Oh, die. Das war noch die Zeit, wo ich immer meinen alten Arbeitsplatz ausgera... Oh, die Stimme. Oh, die Stimme. Profitester. Ich glaub, für diese Profitester. Die deserve mal eine kleine Compilation an Teestests. Teesttest. Weißt du? Teesttest. Wir machen jetzt einen Teestest mit der Edermama. Wir machen jetzt da einen Teest. Wir machen jetzt einen Teesttest. Teesttest. Teestest. Teesttest. Teesttest. So, wir machen jetzt einen Teesttest. 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 Wir essen mal, ne? Guten Abend. Die ist es. Blaus und Kölner. Liebe Leute, man sieht nix. Alter! Ich war da so abgefuckt. Ich hab die ganze Zeit gefilmt. Aber sowas muss man doch aufnehmen. Jaja. Irgendwas für YouTuber. Hallo. Wir sind jetzt durch für heute. Ich bin sehr durch mit ihr. Auf ein weiteres Jahr. What the Vlog. Hurra. Warum es geliebt. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.